Riecht nicht? Nein. Hallo und herzlich willkommen zur Münster OAP 2020. Hier ist Semimenser, deutscher Meister im Herren Einzel. Wir sind hier gerade in der ersten Vorrunde. David Brun und Jörg Harms gegen Dominik Dost und Matthias Laurien. Auf der rechten Seite beide Weltmeister, Junioren-Weltmeister und Herren-Doppelweltmeister in Hamburg vor wenigen Jahren. Eigentlich schöne Option, auf der längeren Seite aber leider nicht gewollt. Man merkt hier morgens fehlt auch noch ein bisschen die Spannung im Spiel. In der ersten Runde darf man sich noch mal ein paar Patze erlauben. Und ich würde auch sagen, dass sich das Team auf der rechten Seite mit David und mit Jörg schon ein bisschen, ich sag mal, man darf von einem Sieg ausgehen in der Position. Das heißt, man muss da nur nicht ganz so viel Spannung auf den Tisch legen. Er spielt erstmal den Standard runter. David hat jetzt schon, ich sag mal, einen Blick auf die linke Seite geworfen. Der Keeper bewegt sich da auch sehr viel und sehr schnell. Und ich glaube, da muss er ein bisschen was anpassen in seiner Defense. Weil da ist schon sehr viel die linke Seite auf, wenn man die aussitzt. Ah, da macht er das. Da trifft er jetzt ein paar Anpassungen. Das ist ganz nett. Und hält sofort auch ein. Sehr schön. Jörg wieder mit dem Backpinn. Ich habe ihn in allen Spielen vorhin auch schon gesehen. Da hat er Schieber trainiert. Liegt ihm heute sogar vielleicht besser. Aber gerade die ersten Spiele kann man eben natürlich dafür nutzen, um sich die Technik auch warm zu spielen. David Bohen, ambitionierter Junior. Der muss sich nicht warm spielen. Der hat da sein Repertoire. Das funktioniert einfach. Auch ein sehr geduldiger Spieler an sich. Und auf der linken Seite auch mal schön zu sehen. Zwei Zierschützen gibt es heutzutage gar nicht mehr so oft. In der Ära des Banden- und Pinshot-Systems. Und Jet of a 3er Reihe natürlich. Dann nimmt er sich wieder ein paar Sekunden mehr Zeit. Möchte er gerne schießen. Hat aber einen Fehler in der Execution. Macht nichts, springt trotzdem rein. Da fehlt noch die Spannung. Also auf der 3er Reihe, auf der 5er Reihe. Auf der 5er Reihe nicht so wild. Weil legen tut er trotzdem. Aber auf der 3, wenn die Execution auch noch darunter leidet, ist es natürlich nicht sehr vorteilhaft. Da sehen wir jetzt hier auf der 3er Reihe. Jörg immer mit ganz unangenehmen Baits. Den kann man in kurzen geben, wenn man ihn sehr gut timet. Oder eben mal so eine Spray-Option. Schön. Sehr schöne Annäherung von David. Und der Keeper macht einen ganz guten Job. Also es ist schon nervig, auf so ein Bild zu schießen. Und David hat vielleicht auch einen neuen Schuss trainiert. Mit seinen Eckpfosten und rein. Wäre dem jungen Mann zuzutrauen auf jeden Fall. Bei der linken Seite wird sich beraten. David hingegen spielt sich jetzt auf der 3er Reihe ein. Scheint nicht so zufrieden zu sein. Sieht dann aber auch schon wieder gut aus. Generell sehr wenig Ballbesitz auf der linken Seite. Viele Bälle, die man haben muss. Die man kontrollieren muss. Die man aus dem Spiel einfach fangen muss. Die rollen dann an der 5er Reihe oder 3er Reihe links vorbei. Da fehlt auch vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung. Wenn man dann auf der Gegenseite Weltmeister stehen hat, dann sind das Bälle, die braucht man auch. Die Quote auf der 3er Reihe war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass viele Bälle auf der 3er Reihe waren. Also muss man jetzt einfach mal um den Ballbesitz kämpfen. 1 zu 0 entsetzen. David Brunen, Jörg Harms gegen Dominik Dost und Matthias Laurien. Da geht es gleich weiter. David Brunen direkt wieder mit dem Konter. Tappt sich inzwischen den links auf. Auch eine ganz nette Lösung. Der Gegner macht vielleicht noch relativ viel auf Reaktion. Bewegt sich ja viel und reagiert dann dementsprechend auch auf Fakes und eine ähnliche Aktion. Dann haben wir wieder einen Ball auf der 3er Reihe. Den letzten hat er mit einem langen Slice reingemacht und in den Versuch Jörg jetzt zu fahren. Oh, schön. Schön getypt. Technisch nicht ganz sauber, aber von der Option her eine gute Umsetzung. Dann hat er recht fahrende Puppe gespielt. Ja, dann macht er wieder einen Tap. Schönes Ding. Aber Brunen wird auch noch gar nicht so dazu gezwungen, das an seinen Limits zu spielen, sage ich mal. Auf Fünferreihe sehr geschmeidig, was er da macht. Weil man hingegen als Keeper immer zu tun hat. Da kann einiges passieren. Jetzt sieht man Jörg schon da am Arbeiten. Ein schöner Spray ins lange Eck. Ist auch genau das, was man machen muss, wenn der Torwart auf der langen Seite steht. Das ist, was ich meine. Da kriegt er ganz einfache Timings zum Bedienen. Da muss ich kein bisschen auf der Schnauerei anstrengen, lässt den Ball da ein bisschen verhungern. Bei der Dreieierei bin ich gespannt, ob der Torwart wieder ein bisschen Bezug zu der 3, finde ich. Das ist jetzt auch mal der Ball auf der Fünferreihe, den er sich auch gut durchlegt. Das sieht sehr schön. Der zweite Satz sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus als der erste. Ein schöner Bait von Jörg und auch mit einer schönen Passoption, aber David hat ein bisschen geschlafen. Ärgerlicherweise zwei super Aktionen von Jörg. Jetzt bald wieder auf der gegnerischen Dreierreihe. Das darf eigentlich nicht passieren. Und jetzt wird es auch unangenehm. Jetzt fängt Jörg nämlich an, da zu locken mit seinem Torwart. Zeigt gerne den geradeaus, fährt ihn aber zu, darf man nicht nehmen und hat jetzt eben gerade sogar noch mit dem Torwart den kurzen rausgefahren. Dann gibt es jetzt das Timeout, weil dieses Bild schmeckt ihm scheinbar überhaupt nicht. Sehr gutes Timeout. Und das muss man aussitzen. Also gerade diese Baits, dieses geradeaus zeigen, um wieder zu fahren, kurz zeigen, um wieder zu fahren. Das muss man so lange aussitzen, bis man eine Idee hat, in welche Richtung die Figuren fahren. Und vor allen Dingen, dass der Torwart keine Idee mehr hat, in welche Richtung er fahren soll. Dass er mehr Optionen hat. Macht er natürlich nicht. Was heißt natürlich, macht er leider nicht an der Stelle. Jörg morgens auch noch nicht ganz warm. Muss auch noch ein bisschen an seiner Connection arbeiten. Das war natürlich super. Mal sehen, ob es wieder den Tab links gibt. Ja, aber der David, das habe ich von ihm bisher noch nicht so gesehen. Er hat echt Executions-Schwierigkeiten. Vielleicht hat er da auch Probleme abzurufen, wenn er sich mit seinen Entscheidungen nicht so schlüssig ist. Aber er haut halt an der Rechtsgranate rein. Natürlich geht Jörg morgens. Darf ich nicht übersprechen. Sehr schöner Schuss von David. Das ist beim Zieher auch so eine Sache. Einer der Gründe, warum ich damals von Zieher auf Chat umgestellt habe, ist, wenn der Zieher mal nicht kommt, wenn man auf Reaktion gefahren wird, der Gegner einen Ansatz findet, irgendwie Bezug zum Geschuss hat, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Und dann fühlt man sich auch ganz schnell verloren, während man mit dem Jet einfach immer noch hart in die Ecken kloppen kann und hofft, dass irgendetwas Gutes passiert. Man sieht den ersten Satz von David mit Vorletzten und Satzball zur Entscheidung. Zwei Mal die Eckfahne trifft und die Bälle springen trotzdem noch irgendwie rein. Da ist die Quote beim Zieher nicht ganz so erfolgreich. Bei Dustin und Lorien sind immer noch im Spiel. 3-2. Da brauchen wir jetzt einfach mal einen Break an der Stelle. Noch ein, zwei gute Aktionen. Und dann könnte man sich noch in den dritten Satz hangeln. 5er Reihe gerade in diesem Satz viel stärker auf der linken Seite. 3er Reihe hat Jörg jetzt aber schon einiges unangenehm gemacht. Mal sehen, wie lange er sich die Zeit nimmt. Das war sehr gut. Genau. Und das ist nämlich aber das Fiese, was der Jörg da macht. Der zeigt einem den gerade und steht dann da trotzdem. Da muss er jetzt einen Step drüber machen. Da muss er sich jetzt irgendwie mal schauen, dass er einen Split zwischen die Puppen spielt. Oder, wenn er aufgerufen kann, außenrum. Oh, der David, ey. Da waren jetzt, glaube ich, schon vier, fünf Pässe von Jörg, die man alle hätte haben müssen. Wird sich aber auch im Laufe des Tages mit Sicherheit noch warm spielen. Aber so ist das nun mal. Am Samstagmorgen wollen wir alle eigentlich noch Brötchen essen. Zuhause. Fernsehen gucken, im Bett oder was auch immer. Da muss man sich auch mal hier so ein bisschen durch die Vorrunde angeln. Ja, das ist auch ein bisschen das Tempo aus der Partie rausgegangen. David mit wenigen Bällen. Ja, und das ist ja eben der Grund. Also, wo fallen die Tore? Eigentlich auf den Dreierreihen. David hat jetzt mal seit langer Zeit wieder einen Ball auf der Dreierreihe. Und auf der anderen Seite ist jetzt schon längere Zeit nichts passiert. Da hat Jörg das echt madig gemacht. Davids Bote darf hier immer noch so bei um die 50 Prozent liegen. Nicht überragend, aber auch nicht ganz so schlecht. So, da wäre jetzt eigentlich auch ein Timeout wieder auf der linken Seite angebracht. Sich mal einfach mal eine neue Strategie für die Dreierreihe überlegen. Wenn jetzt gleich wieder auf den geradeaus gewartet werden sollte, dann ist die Partie verloren, aber vielleicht kommt es auch gar nicht mehr dahin. Und da ist der Match bei drin. Ganz nette Auftaktpartie würde ich jetzt mal sagen. Ich sorge jetzt mal dafür, dass hier noch einige spannende Spiele an Tisch 1 aufgerufen werden. Ich denke auch, die Intensität wird sich jetzt im Laufe der Partien natürlich erhöhen. Ich schaue mal, ob vielleicht sogar noch irgendwann interessante Doppel vielleicht hier auflaufen, die eigentlich im Profifeld zu erwarten sind, die sich aber dann irgendwie ab Runde 4, 5 doch noch rumquälen müssen. Daher sieht man auch vielleicht ein bisschen mehr Biss in der Partie. Das war ja relativ eindeutig, obwohl die Spieler Dominik und Matthias sich da schon eigentlich von einer guten Seite gezeigt haben. Ja und wir hoffen, hoffentlich hören wir uns gleich wieder. Bis dann. Viel Spaß. Vielen Dank. 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 Max spielt da auch ein bisschen mit dem Croc, bleibt da stehen, gibt da hässliche Timings. Matthias macht auch einen super Job, hat eigentlich nicht so viele Ballkontakte, Nico ist super in der Defensive, offensives Rausspielen, muss ich jetzt sagen, ist jetzt noch nicht überragend, da landet an sich nicht viel bei Max, Matthias mal wieder zu sehen, bin ich gespannt, ob er da mal auf Croc connecten kann, Optimalfall auf die Dreierreihe, super. Ich hoffe, dass der Croc sich jetzt mal ein paar Mittel überlegt hat, sehr schön, bricht sich zwar den halben Arm dabei, aber wenn es vom Erfolg gekrönt ist, dann kann man das ruhig mal machen. Ja und gegen Max Elite Fünferreihe fehlt da vielleicht noch ein bisschen der Block auf Crocseite, ist aber auch wahnsinnig schwer das zu blocken. viele Annäherungen, Fakes in der Luft, die sieht man als Zuschauer so gar nicht, bekommt man aber am Tisch mit, indem der Arm sich in Richtung bewegt, wo man gar nicht hin möchte. Und der Nico macht halt ein sagenhaftes Ding, das ist ein Spiel zwischen Reaktion und Stehenbleiben, was einem wirklich auf die Dreierreihe auch wenig redeemed. Meines Erachtens gar nicht faken, damit der Nico noch weniger Tell auf seinen Schuss hat. Aber bisher fährt Croc ja ganz gut, es steht jetzt im Nebensatz 2 zu 1. Und jetzt kommt es auch mal auf Nikos offensive Zweierreihe ein, weil wenn Croc auf der Dreierreihe stärker wird und Nico mit dem Rausspiel den Max nicht bedient, dann sind Nikos Fähigkeiten jetzt auch stark begrenzt, würde ich fast meinen. Matthias ist da mit einem superschönen kurzen, erstes Tor von hinten in dieser Partie. Die Situation, da muss Max jetzt nicht zusammennehmen, muss legen und schießen. Tisch 28, raus, 0 gegen Jansen. Croc inzwischen auch Missexecutions auf dem Feldpass, kann sich aber noch retten. Schönes Timeout, Ball zum 4-2, sehr sehr wichtig. Fast schon matchentscheidend. Im Gegensatz dazu die Optionen verschießen, sich keine Zeit nehmen, der Ball landet bei Max, und das 3-3 und das gesamte Spiel steht dann wieder auf einem ganz anderen Fokus. Falscher, falsches Pilz. Und das war schon viel entspannter und viel schöner. viel schöneres Timing. Sehr gutes Timeout, dementsprechend von Croc. da war jetzt auf ein 5 pose cells. Da sieht man auch mal, wie schnell sich so ein Spiel ändern kann. Erstes Spiel hält Nico sehr gut die gesamte Partie für das linke Team am Laufen mit seinen defensiven Sachen und findet Quark da Bezug auf der Dreierreihe und schon wird es ein 5-2 für die andere Seite. Ich denke das Spiel wird jetzt auf Max Leistung ankommen. Also wenn Max da jetzt abrufen kann, dann muss er es eigentlich auch holen, wenn Nico nicht so viel dazu gibt. Versucht er in der Variante. Schön faken mit der Dreierreihe, aber vielleicht hat Quark den noch gar nicht gesehen und bleibt einfach stehen. Ist wieder ärgerlich oder schön und da ist Quark schon wieder mit einer Miss-Exemption. Ich muss tatsächlich sagen, bei der Fünferreihenquote darf das Spiel eigentlich von Wilke in Nguyen nicht gewonnen werden. Auf jeden Fall auffällt es Wilkes Defense. Finde ich, er macht da super schöne Sachen, aber eben Max wenn der aufdreht schwer aufzuhalten. Auf Tisch 8, Fischermann ADG, Trinkläge, Altos. Auch fast mal wieder eine Miss-Execution, dann kam der Pass auf der Fünferreihe von Quark ein Bisschen zu steil. Ein sehr unruhiger Balllauf, den er da hat. Wenig Passmomente. Und dann auch noch Passoptionen, die nicht richtig kommen. Der muss sich noch mal warm spielen. Ich denke, das wird sich auch im Laufe des Tages noch erledigen. Max nimmt das Tempo auch auf der 3er Reihe raus beim Rudd. Trifft da super Entscheidungen. Und da muss jetzt was kommen von Ninguin und Wilke. Das ist ein schöner Stil von Max. Das wäre jetzt der Moment für den Break gewesen. Jetzt wäre es eigentlich der richtige Moment für den Timeout. Noch mal dazu. Nicht weiter reinreiten. Und dann nimmt das Timeout auch und merkt, dass er unsicher wird. Zwei. 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 Vier. Zwei. 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 Schön von Niko hier, traut man auch den Schirmer, der das mitmacht und die Bälle auch fängt. Das hat man in der ersten Partie gesehen, David Brun war mit einem halben Fuß im Bett. Der hat die Dreierreihe direkt immer wieder runter geklappt und hat die Bälle auf der Fünferreihe laufen lassen. Bei Max sitzt er und da geht es auch wieder weiter, was ich schon bemängelt habe. Da fehlt echt gerade die Fünferreihenqualität auf der linken Seite. Ja, Max mit ganz hässlichen Bildern auch, aber schöne Option da von Quok, einfach mal Off-Timing, Off-Point, bei Dreierreihe geraten, das kann man nicht machen. Das muss ich ihm jetzt auch angreifen, das darf man nicht machen. Wenn man innerhalb von fünf Minuten zwei Bälle auf die Dreierreihe kriegt, muss man mit den Bällen auch wertvoll umgehen. Super Pass hier wieder von Max. Und da sieht man wieder, wie er sich an den Ball anschleicht. Keine Reaktion da zum Block auf die Fünferreihe zur Bande kommt, weil man den Pass eben auch nicht sieht. Schön verzögert. Schön verzögert. Oh, Nico mit der langen Klebe und das läuft auch jetzt auf der rechten Seite. Beide noch nicht am Limit, würde ich sagen. Zum Beispiel letzte Aktion von Max, auch eher Freestyle abgerufen. Nicht auf, du musst jetzt reinschießen. Verspülen da glaube ich nicht so viel Druck. Unter anderem auch, weil sie den Stürmer relativ gut schaffen, aus dem Spiel zu nehmen. Das glaube ich auch jetzt inzwischen eine recht eindeutige Geschichte. Im zweiten Satz haben die dann noch eine gute Justierung gemacht. Sind wir da rangekommen und Nico spielt jetzt aber auch wieder defensiv sehr wesentlich besser. Connected da zweimal in Folge auf Max. Ich glaube das dritte Mal schon diesen Satz und das war dann doch eine eindeutige Partie. Schönes Spiel. Sieger, Wohlgemut und Heuer. Gleich geht es weiter bei TablestockerTV. Geht kurz pinkeln, kommt dann wieder. Ich bin den ganzen Tag für euch da. Wer Lust hat, kann auch gerne was sponsern. Wir haben auf TablestockerTV einen Button, wo man gerne, wenn man möchte, ein paar Euro da lassen kann. Ihr habt auch die Möglichkeit über YouTube einen Sticker oder einen Kommentar hervorzuheben, wo ihr dann 2 Euro oder sowas in die Richtung bezahlt. Einfach mal, damit wir regelmäßig das schaffen, auch auf solchen Turnieren einen Live-Kommentar zu stellen. Macht diese ganze Sache vielleicht für euch interessanter. Vielleicht könnt ihr auch versuchen, das Geld abzuziehen, wenn ihr wollt, dass ich meine Schnauze halte, aber ich hoffe jetzt erstmal, dass ihr ein paar Euro hin drückt und ansonsten, dass ihr wenigstens gleich nochmal einschaltet. Bis später. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Oh, es gefällt mir schon ganz gut, was die Amber da auf der linken Seite macht. Gerade bei den Stürmer. Schöne Band. Das sieht noch ein bisschen wackelig aus. Das ist auf der rechten Seite. Auch sehr schön. Das ist auf der 3er Reihe. Oh, schönes Ding. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ein bisschen, da geht noch ein bisschen. Emma mit dem, da ist es. schon sehr schön was ihr da macht. Habe ich bisher tatsächlich noch nie spielen sehen, sehe ich jetzt aber gerade mit den Mitteln sehr weit heute im Damenprofifeld. Auch mit Alina solide hinten im Tor, immer unangenehm. Auch sehr unkonventionell, mal mit dem Kantenpass. Sieht fast französisch aus, was sie da auf der Fünferreihe macht. Spielt vielleicht auch Bonzini, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Holländer, glaube ich, auf dem Bonzini auch immer recht gut. Und das Fünferreihen-System sieht sehr danach aus, ist jetzt aber nur eine Mutmaßung. Die hat auch wirklich die Kontrolle, sehr viele Bälle, aber zuerst mal ein paar defensive Optionen von Dortmund, sehr schön. Rausspiel sieht mir gerade so ein bisschen aus, nach Ball erstmal irgendwie weg, nicht mehr zu Amber. Aber wenn das erstmal hilft, warum nicht? So, jetzt wird es auch mal wieder ein bisschen spannender, denn jetzt schon drei schöne defensive Aktionen in Folge. Rausspiel war jetzt noch nicht so optimal von Dortmund. Kontrolle im Sturm vielleicht auch nicht ganz so, aber wir haben schon einen knackigen Jet von der Reihe nach links gesehen. Müssen wir also gucken, dass die Bälle auf die grüne Dreierreihe öfter kommen und dann entsteht da noch ein Spiel draus. Wenn wir noch vom Reihen zuschauen, würde ich jetzt aber sagen, dass die Dortmunder Schirmerin auf der Fünferreihe sich vielleicht noch nicht ganz so wohl fühlt. Einen schönen Stick zur Bande haben wir gleich am Anfang gesehen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt gerade aber die letzte Aktion ohne Kontrolle versucht einfach nach vorne zu spielen. Eigentlich immer ein Indiz dafür, dass man hofft, dass der Ball irgendwie auf die Dreierreihe kommt. Und da wieder super technisch eine Ausführung auf V3. Jetzt schauen wir mal, was die Fünferreihe macht. Ja, ans habe ich mir fast gedacht. Das ist auch in den ersten Jahren harte Arbeit, sich die Fünferreihe hoch zu züchten. Ich glaube, ich habe die ersten beiden Jahre nur Dreierreihe geschossen wie ein Irrer. Und irgendwann, als ich gesehen habe, ich brauche auch eine Fünferreihe, habe ich dann nachgezogen und in der schnellen Aktion sich noch zum 2-2 gehangelt. Sehr schön. Schönes Rausspiel von Alina, landet bei Emma wieder auf der Dreierreihe. Generell aber eine sehr intuitive Partie. Und das ist jetzt der Punkt, worüber ich mich jetzt freue bin. Weil da hätte ich mir eigentlich erhofft, dass da jetzt nochmal Druck kommt. Da habe ich nochmal einen zweiten Moment, um mich zu freuen. Ah, ärgerlich. Ne, das ist ein bisschen von meiner Hoffnung gerade auch flirten gegangen. Aber jetzt haben wir gerade im Augenblick nur noch Defensive. Und wenn ich das richtig einschätze, wird Emma ein paar Optionen kriegen. Noch ein paar Mal versuchen, ein paar Mal reinschießen, dann ist das Spiel gelaufen. Das ist gerade vielleicht auch ein anderes Niveau, was sie da auf dem Tisch legt, international. Da ist auch ein ITSF hier. Münster Open 2020 ITSF Pro Tour. Da bekommt man auch mal Kaliber aus der ganzen Welt gegenübergestellt und sie sind auch entspannt. Machen sich da, glaube ich, wenig Gedanken. Und die anderen nehmen es auch recht leicht. Wussten wahrscheinlich schon, wen sie da vor sich stehen haben. Und sind da auch nicht so richtig auf Siegeszug. Wir können wahrscheinlich auch mit einer Niederlage leben. Mal sehen, ob Alina vielleicht da sogar noch ein Matchball macht. Fühlt sich, glaube ich, recht wohl. Versucht da auch mal Sachen. Gehen nochmal auf den gleichen, aber da stehen sie diesmal auch schon kurz. Sehr schön. Es wird jetzt noch nicht mehr lange dauern. Dann hat Emma auch den Ball auch wieder irgendwo kontrolliert. Scheint sich aber schon ziemlich wohl auf den Rechts-Links-Wechsler zu fühlen. Und da finden ja auch die Gegner in Bezug zu. Den wollen sie auch nicht mehr fressen. Ja, Rausspiel muss man nochmal ein bisschen dran fallen. Ich sehe da sehr oft die gleiche Option auf die Fünferreihe, die da steht und sich nicht bewegt. Ja, muss man einmal kurz ansprechen, das Thema. Die Emma ist auch nicht mehr gefahren, weil sie ja wusste, dass sie eigentlich eingeschossen wird. Aber so schießt man auch mal schnell das 2-4. War dann aber auch leider nicht mehr, keinen Impact mehr aufs Spiel gehabt. Die Favoriten schaukeln das Ding nach Hause. Ganz nette Partie. Ich bin gespannt, was jetzt als nächstes an den Tisch kommt. Und ich bin mal wieder kurz weg. Und wir sehen uns gleich weiter. 해도 nein, ich Direktorin. Ich war glücklich. So will meine rates auch nicht mehr drauf reden. Wenn hier denn get traffic develops, Und jetzt, ich bin mal wiederём, das geht nicht mehr. Dannounces läuft zum gut, Vielen Dank. 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 André Zander kenne ich persönlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht. Sollte man, für Maximilien hatte den Schöne Bude, Sieht, ja, Ja, Jetzt warten wir eigentlich, glaube ich, zumindest darauf, dass André den Ball nochmal bekommt. So lange gibt es jetzt erstmal Goalie Wall. Hier gibt es wieder den Turnover und André, der sich jetzt vielleicht mal wieder den kurzen ausschaut, anstatt einfach, ja, das sieht das schöne aus. Das sind nämlich dann, das sind Aktionen, das sind Fakes, wo man sieht, der holt sich Infos, bevor er seine Entscheidung trifft. Sehr schön gemacht von André Zander und Kamczyk. Hätte anders laufen können. Fürs nächste Spiel ein bisschen mehr Zeit lassen, aber musst du sagen, trotzdem noch ganz interessant anzuschauen. Schauen, was als nächstes kommt. Bleibt dran oder geht pinkeln, geht was essen, geht frühstücken, geht eure Lebensgefährten umarmen, macht was ihr möchtet, aber kommt auf jeden Fall wieder. Bis später. Bis später. Okay. So, was geht. So, was geht. So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? So, wie geht es denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und da geht es auch gleich los. Thomas Haas, Leonardo Stamera gegen Nico Wurgemuth und Maximilian Heuer. Erste Partie jetzt auf Weltspitzen-Niveau. Leo Stamera, 1. Bundesligist für Silpion Hamburg gewesen. Ursprünglich Leipzig, Nationalspieler für die luxemburgische Nationalmannschaft. Thomas Haas eigentlich auch gerne in der Box gesehen. Heute im Sturm im Doppel. Ich bin gespannt, was er da zu bieten hat. Ich habe ihn lange nicht mehr spielen sehen. Ein Hamburger Doppel haben wir vorhin schon mal vorgestellt. Und da geht es auch schon los. Super Option von Nico. Und bei Thomas und Leonardo auch wieder ein super Wechseldoppel. Genauso wie bei Max und Nico. Es kann auch mehrere Sätze ganz spannend werden, was sich da für Konstellation ergeben. Schade, beinahe liegen geblieben. Aber da sieht man jetzt gerade mal zum Beispiel den Unterschied zwischen der Partie davor, wo die Bälle innerhalb von wenigen Sekunden die Stange verlassen, Turnover, aufs Tor gefeuert werden. Und, sage ich mal, eine Partie von konstanteren, besseren Spielern, stärkeren Spielern, die sich dann eben auch die Löcher ausgucken und eben auch die Zeit nehmen. Da gibt es noch viel mehr mitzusehen. Viel zu analysieren. Thomas bisher noch nicht mit so vielen Ballkontakten in den ersten beiden Pässe gescheitert. Steht da super im Block auf der Fünferreihe und hat sich den Ball auf die Dreie erarbeitet. Sehr schön. Und Thomas auch dafür bekannt, dass er auch ein sehr intuitiver Spieler ist, der auch mal auf der Dreierreihe einfach einen wegschmutzt. In dem Fall gerade gar nicht. Superschön gewartet, aufgefakt, mis-executed dann aber leider gegen die Bande. Max hier mit einer super Entscheidung auf der Dreiehe. Ja, und das ist natürlich, wenn Max da jetzt beißt, entweder einen Timeout nimmt, um den sich wichtig zu nehmen oder einfach executed, dann sind das schon zu viele Fehler, die Thomas sich da leider schon im ersten Satz geleistet hat. Ist auch ein Satz, den man jetzt vielleicht schon ein bisschen wegwerfen kann, möchte ich hier fast meinen. Kommt vielleicht auch mal eine schnelle Aktion auf der Dreierreihe, ohne Schmerzen, genau. Das heißt, der Satz ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, schon gelaufen. Wenn das jetzt der letzte Satz wäre, müsste man da natürlich nochmal drum kämpfen, aber im ersten Satz kann man sich da auch noch kaputt spielen. Kommt dann vielleicht noch aufs 4-3-4-4 ran, verliert den Satz dann trotzdem und der Gegner hat auch noch viele Informationen für das nächste Match, also für den nächsten Satz. Genauso auf der linken Seite Max, möchte jetzt auch nicht mehr alles zeigen, weiß, er kann sich da zurücklehnen. Aber Thomas war super schnell, einen schönen Konter. Ab 4-1, ich sag mal, einen Ball darf man sich jetzt noch entspannen, an der Stelle von Max und Nico. Ab dann ist es schon wieder auf der Kippe, sag ich mal, jetzt 4-2, muss man anfangen anzuziehen, wenn das noch nicht klappt, ist man beim 4-3. Und wenn das dann noch nicht klappt, hat man immer noch einen Ball zum 4-4, aber dann ist der Druck wieder hoch. Hat aber auch so funktioniert. Ist natürlich auch ärgerlich gelaufen, muss man sagen. Thomas, auch er im 1 ist stark, wundert mich auch an dieser Stelle, dass er die Stürmerpositionen einnimmt. Wäre es jetzt noch wichtig, ich weiß leider nicht, wie die Insgesamtstatistik ist, was bisher passiert ist, warum die Konstellation so rumsteht. Wenn das gleich nochmal mit der Fünferreihe, mit ähnlichen Executions so weitergeht, würde ich direkt einen Wechsel an Thomas und Reos Stelle machen. Aber er kommt zumindest da noch irgendwie durch. Nico aber auch mit der wirklich unangenehmen Jettechnik, aber da schießt er wirklich eine super lange Klebe rechts rum, sehr schön executed von Thomas. Er hat es jetzt geschafft, sich mal den Ball nach vorne zu arbeiten, um ihn auf ihn vorzubringen. Max mit einer unglaublichen Ausführung hier. Und Thomas ist jetzt auch warm. Jetzt wird ein Spiel draus. Wechsel kommt jetzt aber tatsächlich aus anderen Gründen. Nicht wegen der Performance des Stürmers, sondern weil ich glaube, Leo da oder beide defensiv nichts machen können. Weder Thomas der Rockwimmerreihe noch Leo in der Box. Super Ausführung hier schon wieder von Max. Max muss ich auch sagen, da kann ich wirklich schwer einschätzen, welche Option er trifft. Er wählt da tatsächlich Lücken. Die sehe ich gar nicht. Die sind aber so clean und in einer Quote drin, wo ich weiß, die hat er gesehen. Nico ist richtig schön, gerade im Ball bei sich behalten. Ist auch aber ein Ball, den man gerne an die Dreiräuhe wieder abgibt. Sehr, sehr wichtig. Hätte das 3-2 für Thomas und Leo werden können, vereitelt man natürlich mit seinem Supercatch. So, und jetzt sind wir auch in einer schönen Position. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, wer das Spiel holt. Beide Schwierigkeiten. So ein Wechsel auch einfach mal zwischen Thomas und Leonardo. Bringt da auch einfach mal andere Bilder rein, aber Max exekutiert es wieder ungeheuerlich. Super. Sehr, sehr schönes Spiel. Zweite Missexecutioner auf den rechts. Gibt Nico auch wieder ein Read. Wenn Thomas mal auf 1-2 links abdrift und eigentlich Missexecutioner hat, aber Thomas ist eine Wundertüte, dann schießt er halt wieder so eine lange Klebe rum. Aber auf 1. Muss man auch im Kopf behalten. Sieht aus, als würde er einen langen Laden, aber... Schöner Pass von Thomas. Und dann haut er wieder seinen Tornado-Style raus. Fühlt sich auch wieder ein bisschen technisch wohler. Kommt auch wieder auf seine Quote. Jetzt muss Max nachdrücken. Fühlt sich, glaube ich, sehr wohl gerade auf den Bandenpass. Haben wir auch in den Partien davor gesehen, dass er da echt schöne Optionen hat auf die Bande. Wurde aber von Thomas jetzt schon ein paar Mal geblockt. Er ist da recht leicht fertig auf den 4-4. Und sehr schönes Timeout. Sehen wir endlich mal ein vernünftiges Timeout an diesem Tage. Von Leonardo, der weiß, dass das 4-3 wichtig ist. Den Ball möchte man jetzt nicht am Max vergeben und sich dann zum 4-4 wieder rückfallen lassen. Die kommen noch mit Spaß an der Sache. Schöne Bande davon. Das macht Profispieler aus. Oder ein Profispieler in dem Niveau von Leo. Der nimmt das Timeout zum wichtigen Ball und schießt ihn dann auch noch mit einer wunderschönen Bande rein. Das macht Spaß. So, kurze Analyse. Thomas hat wieder zurück ins Spiel gefunden. Hatte am Anfang echt Probleme mit der 5er-Reihe. Hat den Satz auch relativ klar liegen lassen. Also war mit der Quote nichts mehr zu machen. Hat sich jetzt aber wieder zurückgeholt. Leo mit einer Bude von hinten. Nico macht eigentlich auch ein solides Spiel. Glänzt aber auch nicht, würde ich sagen. Wenn Nico jetzt wieder mal ein bisschen die Quote anhebt. Ein paar Bälle mehr von Thomas hält. Max eigentlich auf einem ähnlichen Niveau weitermacht wie gehabt. Ja, kann alles passieren. Schauen wir uns an. Schöner Pass hier von Max. Super Entscheidung. Das darf man aber nicht vergessen. Das ist jetzt keine Partie von eben, sondern es steht ein Leonardo Stamera in der Box. Und da so eine Quote so abzurufen auf die Löcher, auf die Zwischenlöcher. Das macht halt Qualität aus. Und Thomas leider wieder hier mit seinem Stick an die Bande zu spät. Und Max wieder mit einer sehr schönen Variante Stick. Der Brush ins Feld mit der zweiten Figur. Jetzt nicht gesehen, was da jetzt gerade der Diskut zwischen den beiden war. Nico bedient Max. Sehr wichtig. Viele Spieler haben auch die Idee, man muss Tore schießen oder was weiß ich. Nein, wenn man irgendwo hängen bleibt und der Ball bleibt auf der Fünferreihe vom Stürmer her hängen, hast du alles richtig gemacht. Gerade mit einem starken Stürmer wie Max. Das ist eine super Execution. So, und Thomas muss jetzt einen machen. Er darf jetzt nicht mis-executen. das ist genau das, wovon ich spreche. Es ist dann eigentlich bei so vielen Fehlern keine Fünferreihe, die man im Doppelspielen so spielen darf. Da muss er sich auch nach dem Spiel nochmal hinstellen und das darf er sich nicht verzeihen. Nico macht dann nochmal Geschenke an der Stelle. Das ist aber auch der Thomas Siebel. Ich darf mich da jetzt auch nicht zu sehr von meiner eigenen Meinung reinhalten. Thomas spielt ja auch damit, auch einfach mal mit so schnellen Aktionen den Gegner in Sicherheit zu wiegen und dann beißt er doch noch von hinten zu. Also nicht zu viel interpretieren. Schöner Pass über die Kopfbande von Nico. Da steht der Leonardo auch eiskalt in der Box. Super. So, und da brauchen die den Break. Jetzt ist der Augenblick, jetzt haben die ihn genug positive Aktionen gemacht. Ein Turnover von Nico. Eingehaltener Ball. Ich glaube, da waren noch ein paar andere Sachen. Vielleicht sogar noch einen Block zwischendurch oder sowas. Ich würde sagen, der wichtigste Ball im Spiel. Bei 3-0 bin ich mir recht sicher, ist die Partie gelaufen. Timeout-Moment vielleicht auch jetzt. Jan-Nikolin 3-9-Meister im 1. Wiederaufruf Tisch 29. Ja. Max weiß, dass es ein schöner Ball ist, ein wichtiger Ball ist und trifft da wieder eine super Entscheidung. wurde da gerade den letzten Ball auf rechts weggestanden, also von Zuschauersicht links, Spielersicht rechts und geht dann mit dem nächsten Ball mit einem Rechts-Links-Wechsler in die Mitte rein und trifft auch Nico solide eigentlich. Vielleicht ein bisschen spät jetzt das 3-1. Das 1-3. Sieht man aber trotzdem an Thomas' Spannung, wer mal drauf geachtet hat. Der will das jetzt wieder. Stellt sich da wieder ein bisschen energisch daran. Versucht noch mal den Rechts-Links-Wechsel, aber Leo hat den Braten gerochen und bleibt da eiskalt stehen. Schön, schön. Sehr schön. Hoppen, Kohl gegen Schmidt zum Kohl zwischen 9. Bender, Eineke gegen Mirau und Woschinski Super-Slice von Nico. Sehr, sehr schöne Option. Und das ist das 4-1 und vielleicht ein bisschen spät Spannung, die Thomas an den Tisch legt. Max natürlich aus der Position schon den Stick zur Bande eben gerade gerochen. Der relativ sicher mit seinem Spiel, ja, und auch eine super Quote gehabt. Ich gehe davon aus, dass er den schießen kann, wenn er möchte. Boah, Nico. Leo wohl hier. Ah, ja, das ist, glaube ich, für alle beide Partien schon gegessen, das Spiel. hat er auch noch Spaß bei, eben ein Matchball ein paar Mal daneben zu ballern, hat ja aber auch den Rücken. so, und jetzt soll er das irgendwann machen. Schöne Partie, ärgerlich für Leo und Thomas, aber ab dem K.O. kann sich da noch einiges ändern. Wir sind ja immer noch relativ jung am Turniertag. Ich glaube, die dritte, vierte Vorrunde um den Dreh und da wird sich noch einiges ändern. Ich glaube, die könnten sich im K.O. noch mal wiedersehen. Sehr starke Teams, beide. Wir kennen den Thomas ja auch vor allen Dingen mit einer technischen Execution, die wird sich auch im Laufe des Tages warm spielen. Wir sehen uns gleich weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran, geht kurz Hände waschen, schaut euch im Spiegel an und sprecht euch Mut zu, damit ihr diesen heutigen Tag mit mir noch übersteht. Bis später, macht's gut. Ich hoffe, Vielen Dank. 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 Schuss. Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 und wieder mit einem Konter für Dortmund. 4-3. Wollen wir uns jetzt allen ernstes in die Verlängerung zurückholen. Fast ein Foul von Sander Winters. Tobias geht den Ball aber unter Kontrolle. Nimmt wieder das Timeout an der richtigen Stelle. Was ein Krampf! Aber in der K.O.-Runde halten sich die Spieler wahrscheinlich auch zurück und zwingen sich auch ein bisschen mehr. Arni schon wieder mit der zweiten Chance das Ding auszumachen. Wenn er jetzt wieder auf 3 schießt, kriegt er eine Nackenschelle nach dem Spiel. Auf 1! Ja gut, kriegt trotzdem eine. Ja das war Tischfußball auf einem Niveau, war jetzt nicht schlecht, war aber auch nicht geil. Zuschauer schön in den Kopf. Dafür geht es jetzt bald los mit der K.O.-Runde. Ich hoffe, dass es vielleicht sogar noch, sie haben sich schon ganz schön lange gerade hier gequält. Vielleicht kriegen wir hier noch irgendwie so einen Breaker, so einen Breaker-Doppel hier auf Tisch 1, wo es wirklich noch darum geht, ob sie ins K.O. kommen oder nicht. Und danach müsste es eigentlich auch mit der K.O.-Runde losgehen. vorbei? Da sind schon die ersten Tische frei. Also wenns Spiegel noch geben würde, dann können die wäre es auch nicht geil. Genau macht euch jetzt mal alles fertig. Ich hoffe, ihr habt, äh, ja geht mal was essen, macht euch mal frisch, geht mal duschen mit. Ja, Klo, alles, Fingernägel fallen, Nagellack ein bisschen drauf, auf die Füße auch gerne. Und wenn ihr dann ready seid, könnt ihr euch mit euren Pyjamas wieder schön vor den Monitor pflanzen. Und dann geht es nämlich richtig los mit dem K.O. Fünf Sätze Best of Five, Top 32 dieser Partien. Ihr könnt auf tifo.info den Punktestand zählen. Ihr seht die Themen, die weitergekommen sind. Ich versuche mir natürlich auf Tisch 1, die für mich interessant ist, einen Doppel heranzuholen. Und dann gibt es nochmal Tischfußball auf höchstem Niveau. Ab 19 Uhr geht es dann hier auch los mit Freigetränken, richtig Partystimmung vor den Tribünen. Bleibt dran. Wir sehen uns gleich. Bis später. Ciao. Danke. 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 Vielen Dank. 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 Dauert nicht lange, dann sind die Streams wieder online, dann aber halt unter einem anderen Link, also das heißt, das wird ein komplett neuer Stream. Okay, ciao, ciao. Vielen Dank.